Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Taylor und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es um ein bisschen eine nischigere Angelegenheit und zwar ein paar Remove der T-Mocks, die wieder zurück ins Spiel gekommen sind. Und zwar um was es sich genau handelt, will ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe da schon mal ein bisschen was gefahren und da seht ihr, haben wir einmal hier einige Waffen, die ja hier ausgeführt sind als Removed. Also seht ihr unten die rote Schrift und die kann man jetzt wieder kriegen. Was sind das für Waffen? Naja, wenn ihr jetzt hier im All of Things in der Info guckt, steht da drin D und S, also Dungeon und Schlagzüge, Legion und dann hier zum Beispiel Heilende Tapferkeit und dann Mythisch Plus. Das sind quasi Items, die man jetzt während Dragonflight erhalten konnte, quasi in dem jeweiligen Dungeon im M Plus. Also jetzt hier zum Beispiel sind die Sachen aus Heilender Tapferkeit, hier sind die Sachen aus Natharion Sword und hier habe ich jetzt zum Beispiel aus dem Hof der Sterne was. Und wie läuft das? In Legion ist es ja prinzipiell so, dass wir die Artefaktwaffe hatten und dementsprechend in der kompletten Expansion so gut wie keine Waffen gedroppt sind. Es gab ein paar kosmetische Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen gab es eigentlich keine Waffen. Jetzt kamen ja diese Legion Instanzen als quasi M Plus Dungeons rein und da man ja im M Plus Pool auch Waffen braucht, hat Blizzard halt für diese M Plus Dungeons quasi Waffen eingefügt. Diese Waffen konnte man aber nicht im Normal HC Mythic kriegen, also im ganz normalen Low Level Legion Content, sondern nur wenn man die Instanzen über M Plus abgeschlossen hat. Und nachdem quasi die jeweilige Season beendet wurde, sind diese Waffen da rausgeflogen und weil ja dementsprechend M Plus rausgeflogen ist, man konnte die nicht mehr kriegen. Was ich sehr schade fand, denn diese einzelnen Items nur über M Plus zu farmen ist immer ein bisschen blöd. Der M Plus Pool ist relativ groß, eine bestimmte Waffe zu kriegen, muss dann ewig viele Keys laufen und vor allem für eine Sache, die dann nur temporär drin ist, für eine weitere T-Mog-ID. Einige von den Waffen sind tatsächlich auch Unique Appearance, also da gibt es quasi die Appearance nur aus einer Quelle, manche sind aber auch aus verschiedenen Quellen quasi farmbar. Die sehen auch zum Teil ganz cool aus und jetzt mit dem Pre-Patch oder ich glaube jetzt mit 11.02 tatsächlich, also mit dem Patch, der jetzt vor ein paar Tagen rauskam, da habe ich das erste Mal gesehen, dass die eingefügt worden sind. Es kann natürlich auch schon sein, dass es mit dem Pre-Patch vor ein paar Wochen schon kam und man es erst jetzt entdeckt hatte. Credit geht hier an Loopzocker aus dem Stream raus, der hat mich darauf aufmerksam gemacht und ja, jetzt bin ich ein bisschen losgeflitzt und habe die gefahren. So, für euch jetzt wichtig, wo sind diese Waffen? Übrigens, die sind noch nicht im All-of-Things drin, also die werden wahrscheinlich, ich werde da noch einen Post im All-of-Things-Discord schreiben, bestimmt haben es mittlerweile auch andere Leute schon gesehen, ähm, aber aktuell sind sie noch nicht drin. Wo sie aber drin sind, ist tatsächlich bei Blizzard im Dungeon-Journal, ne? Also wenn wir jetzt hier auf Legion gehen und wir haben jetzt fünf Instanzen, die wir uns angucken können, das erste ist finsterherztäglich, seht ihr, ähm, haben wir jetzt hier einen Streitkolben, ne? Also, der droppt da schon, ich muss gleich mal gucken, bei welchem Boss der ist, ah, beim zweiten Boss, ne? Also da müsst ihr tatsächlich nur zum zweiten Boss, da droppt ein Streitkolben, unten seht ihr da auch immer schönes Bildchen. Ich glaube, mehr Waffen gab es da tatsächlich nicht. Ja, den hatte ich aber schon, den habe ich mir in der jeweiligen Season, wo die Instanz aktuell war, habe ich mir den tatsächlich gefarmt, die IDs. Also ich habe mir manche IDs, habe ich mir gefarmt gehabt, ich glaube, die ersten paar Seasons habe ich es nicht gecheckt gehabt, aber die hinteren Seasons, da habe ich tatsächlich dann die Waffen gefarmt und ich sage es euch, das war ziemlich aufwendig. Es gab nämlich auch Azeriteile, die in den BFA-Dungeons umgewandelt worden sind. Also da war es dasselbe aussehen, aber auch eine andere ID, weil man ja im aktuellen Content mit Azeriteilen sich nichts, ne, anfangen kann. Auch da wurden Sachen geändert, die sind aber nicht reingekommen, also das gleich schon mal vorweg, weil die Grunditems ja im Prinzip da sind, nur, ähm, sind es halt Azeriteile, ne? Aber gut, ähm, also wir haben einmal Finsterärztickis, dann haben wir einmal hier der Hof der Sterne, hier haben wir insgesamt drei Waffen, und zwar einmal den Stab hier, dann haben wir, ähm, ein Schwert und dann haben wir hier diese Armbrust. Die sieht auch relativ cool aus, muss ich sagen, die Armbrust. Äh, als nächstes haben wir dann die Hallen der Tapferkeit und dort haben wir auch drei Waffen, dann haben wir einmal hier so ein Einhand-Dolch, äh, gut, Dolche sind immer Einhand, aber hier, ne, die sind Dolch. Dann haben wir noch, warte mal, noch ein Dolch, einmal Aggie, einmal Indolch, und dann haben wir hier noch dieses Schild. Dann als nächstes haben wir noch die Rabenwehr, die hatte ich auch schon gefarmt, und zwar diese Scheiß-Stangenwaffe, die habe ich über Wochen und Monate, äh, habe ich den Kack hier gefarmt, ich sag's euch, hat ewig gedauert. Ähm, ich glaube, ich habe sogar über Timewalker das gefarmt, weil man den M-Plus-Pool auch über Timewalker quasi rausgekriegt hat. Aber es hat richtig, richtig lang gedauert. Hätte ich das gewusst, dass diese Items jetzt eingefügt wurden, hätte ich mir ziemlich viele Runs sparen können, aber naja, so ist das, das weiß man halt vorher immer nicht genau. Also hier gibt's eine Stangenwaffe und ein Schwert, und die letzte Instanz, die wir haben, war Natarions Horde, und, ähm, ja, da haben wir quasi wieder drei Waffen, wir haben einmal diese Axt, die ziemlich nice aussieht, muss ich gestehen, also die sieht echt richtig nice aus, dann haben wir den Zauberstab, der jetzt eher, naja, geht so, und dann haben wir hier dieses Schild, äh, ist ein bisschen komisch, dass das so ein Schar, äh, Schild irgendwie ist, passt jetzt nicht so wirklich zu Inni, muss ich sagen, aber ich vermute einfach, Blizzard hat irgendein Design gebraucht, das genommen und da eingefügt, ne. Ihr seht auch, das gibt's auch so ein paar andere Quellen, und, ähm, ja, jetzt hat man halt hier eine weitere ID, ich schätze mal, das ist irgendwo aus MOP, zumindest sieht das so vom Design aus. Genau, das sind die fünf Instanzen, heißt, wenn ihr jetzt vor der, ähm, neuen Expansion, der War Within quasi noch ein bisschen was farmen wollt, dann könnt ihr die Sachen mitnehmen, und habt dann noch ein paar mehr ganz nette J-Mog-Waffen. Jutsi, das war's eigentlich mit dem kleinen Video an der Stelle, wie gesagt, ähm, die IDs aus Battle for Azeroth, die sind nicht drin, da gab's ja unter anderem in Dazar Alor, das weiß ich noch, da hab ich die Sachen gefarmt, die ganzen, ähm, IDs hier von, ähm, von den Azerid-Teilen gab's andere IDs, aber, wie gesagt, die gibt's nicht, da sind ja die Items in den normalen Instanzen drin, bloß halt normal als Azerid-Items. Jutsi, dann sind wir durch, habt mich froh, dass ihr bei wart, und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder, euch Tila, bis dahin, ciao!